Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Pharma's Dynasty. Ja und als allererstes möchte ich euch ein frohes neues und gesundes Jahr wünschen. Ich hoffe ihr habt den Jahreswechsel unbeschadet und gut überstanden, habt ein wenig gefeiert und ich sage es mal so aus meiner Sicht nicht allzu viel Geld in die Böllerei oder in die Raketen gesteckt. Und auch mal vielleicht einen kleinen Gedanken an die Tiere verschwendet, die ihnen der Krach der Böller und Raketen nicht so gut tut. Wir hier zu Hause haben nicht geballert oder geknallt oder sonst irgendwas. Aber liegt auch daran, dass wir ja erstens mal das Geld dafür nicht ausgeben wollen und im zweiten Step natürlich an unsere kleinen Wauzis, die hier tatsächlich ziemlich ängstlich sich am liebsten unter das Bett verkrochen hätten. Aber auch sie haben das unbeschadet überstanden, genauso wie wir. Und ich hoffe, dass es euch natürlich genauso gut geht jetzt. Es ist der erste Januar. Ich sitze hier und nehme auf ein paar Folgen Pharma's Dynasty. Die Streamfolgen sind jetzt durch. Der Stream war relativ lustig und der nächste Stream ist ja auch schon geplant. Nicht für diese Woche Samstag, sondern für nächste Woche Samstag. Diese Woche Samstag setze ich noch aus. Ja, und in diesem Spielstand waren wir dabei, unsere Feldernte einzutreiben. Ihr seht es am Bildrand, unsere Arbeiter sind noch bei, unsere Nachbarn sind noch bei am Arbeiten. Oh, hier hat sich mein Kabel vertüdelt. Und wir wollen auch noch ein bisschen arbeiten. Wollen natürlich bei der Feldernte mithelfen. Und ich hatte mir überlegt, ich werde jetzt dann noch ein Feld dazu kaufen. Ich hatte ja gehofft, dass ich mich daran entsinne und habe es tatsächlich, ohne es irgendwo aufgeschrieben zu haben. Denn so langsam, peu a peu, müssen wir ja auch unsere Felder noch, wie sagt man so, wir haben genug Felder, aber wir können noch mehr bewirtschaften. Das geht schon irgendwie mit Geduld und Spucke. Ja, in den Kommentaren war jetzt die Frage, warum ich da so viel Geld scheffle, ob ich auf die Millionen hoffe. Nein, ich hoffe nicht auf die Millionen, aber ich sah noch keine Notwendigkeit, irgendwas mit diesem Geld anzustellen. Dann kam natürlich die Frage nach den Errungenschaften. Und auch hier habe ich gesagt, die Errungenschaften sind mir eigentlich gar nicht so wichtig. Denn ich spiele natürlich das Spiel in erster Linie, um voranzukommen, zu erweitern, gewisse Ziele, die ich mir persönlich gestellt habe, zu erreichen. Allerdings habe ich mir jetzt so überlegt, dass man ja das Geld tatsächlich ausgeben könnte und sagen könnte, ich stelle mir hier sämtliche Maschinen hin, die ich haben kann. Würde dann auch die Errungenschaft freischalten, alle Maschinen zu besitzen. Die Errungenschaft, dass ich eine Million Sozialpunkte kriege, die werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erreichen. Ja, kaum fange ich an zu moderieren, ist auch gleich wie er der Hals trocken. Ein bisschen blöd, aber kriegen wir schon hin irgendwie. Ja, die Errungenschaft mit den Sozialpunkten, die werde ich nicht erreichen. Genauso wenig werde ich die Errungenschaften nicht freischalten können, dass mein Kind in die Schule geht. Auch das werde ich nicht schaffen. Ja, jetzt ist die Frage, machen wir das in den Anhänger, oder? Nö, ich bringe das gleich mal weg. Ich habe jetzt gerade beschlossen, ich werde das gleich mal wegbringen. Nee, runter und ab. Ich werde gleich mal zum Agrarmarkt fahren und das wegbringen. Es würde schneller gehen, wenn wir das in den Anhänger hauen würden. Aber ich bringe das heute mal weg, weil ich gleich mich noch auf die Suche begeben möchte nach weiteren Feldern. Ja, jetzt kriegen wir natürlich dauernd die Meldung, dass wir unseren Mähdrescher überfüllen, aber das ist ja nicht so. Denn wir ernten ja gerade nicht. Ja, wie ihr seht, unsere Helfer sind in Action. Sie arbeiten hier vorne, da hinten, da drüben auch wieder noch. Also noch rollt der Rubel. Und soweit ist es ja auch nicht zum Agrarmarkt. Momentan, wie gesagt, bin ich so ein bisschen auf der... Wie soll ich sagen? Aufgeschmissen. Nur ein bisschen Feldarbeit, ein bisschen Gewächshausarbeit. Und wir retten uns quasi so bis zum September hin. Um halt das letzte Buch zu bekommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt Farmer's Deines Team noch durchziehen werde. Ein bisschen wird es wahrscheinlich noch sein. Aber ich bin tatsächlich auch an einem Punkt angekommen, wo jetzt viele auch schon von den Zuschauern sagen, okay, bei mir ist jetzt so eher diese öde Langeweile eingetreten. Was allerdings auch daran liegt, dass sich die Aufträge, die man mit den NPCs machen kann, ständig wiederholen, beziehungsweise sogar verbacken sind. Und da hat man dann tatsächlich irgendwann keine Lust mehr zu. Da sich das ja auch alles wiederholt. Und da nichts weiter dazugekommen ist. Ja, die Sportveranstaltungen sind mit dem Release dazugekommen. Aber auch da sagen mir halt nicht alle Sportveranstaltungen zu. Also auch da keinerlei Herausforderung für mich weiterzumachen. Ich schau mal. Ich schau mal. Also solange ich noch ein bisschen Lust habe, werde ich das weitermachen. Wie lange, kann ich allerdings tatsächlich noch nicht sagen. Auf jeden Fall, das kann ich versprechen bis zum letzten Kochbuch. Das möchte ich schon haben. Ein bisschen kochen. Aber davon kriegen wir natürlich auch keine Sozialpunkte. Von daher, so what, was soll's. Da hätte man vielleicht nochmal den ein oder anderen Sozialpunkt erhöhen können. Denn wenn man sich überlegt, dass man jetzt pro Auftrag vielleicht 200, im Höchstfall 700 Sozialpunkte kriegt, und da die Errungenschaft freizuschalten, eine Million, ist quasi unmöglich. Es war für mich vorher schon fast nicht möglich oder auch so nicht möglich, aber jetzt unter den gegebenen Umständen auf gar keinen Fall. Also wie soll man das machen, wenn man pro Auftrag, sage ich mal, zwischen 200 und 700 Sozialpunkte bekommt? Da müsste man 100.000 Aufträge erledigen, um überhaupt in die Nähe von einer Million zu kommen. Und wer bitte, und das muss mir mal einer erklären, wer bitte hat denn Lust, 100.000 Aufträge in der Stadt zu machen, um auf 700.000 Sozialpunkte zu kommen. Also das muss mir einer erklären, da hat wirklich niemand Lust zu. Wer nicht vorher schon gespielt hat und einen Spielstand hatte, der hat rein theoretisch gar keine Chance dazu. Also dann müsste man tatsächlich fünf Jahre mindestens jeden Tag durchweg spielen, damit man das irgendwie auf die Reihe bekommt, da diese Social Points zu bekriegen, zu kriegen, nicht bekriegen. Ähm, ja, das war eine eher semi-gute Idee von Toplet Star, das anzupassen. Dann sollten natürlich auch die Errungenschaften dementsprechend angepasst werden, aber das geht so einfach natürlich nicht. Auch die Fische, ähm, könnte ich vielleicht sogar noch schaffen. Ähm, müsste ich auch jetzt demnächst in Angriff nehmen, wegen dem Fischkochbuch, das habe ich glaube ich schon des Öfteren erwähnt, und dann 100 Fische zu haben, das wäre glaube ich noch machbar. Aber wie gesagt, wenn du das Spiel jetzt nicht wirklich schon jahrelang spielst, hast du da eigentlich weniger eine Chance. Das ist quasi alles nicht so wirklich ausgereift. Da müsste man tatsächlich nochmal Vorschläge machen können, da müsste die Bereitschaft von Toplet Star sein, diese gewisse, jene Änderungen vorzunehmen. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich entscheide mich dazu, meine Felder mit dem Flieger zu, ähm, besprühen, dass man dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel den Mist zu verkaufen, von den Kühen. Weil jetzt hat man quasi, das weiß man aber im Vorhinein nicht, wenn man sich nicht schlau geguckt hat, ähm, dann hat man auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schaffe mir keinerlei Kühe an, ähm, ansonsten stehen die bis zum Hals im Mist, weil ich den nicht verwende, weil ich lieber den Flieger fliegen lassen möchte. Aber das weiß man natürlich nicht, wenn man dieses Spiel vor, äh, jetzt ganz frisch startet, hat man davon natürlich keinerlei Ahnung. Ähm, Was ich jetzt in letzter Zeit auch wieder gelesen habe, die Fragen der Konsolenspieler, wie ist denn das am PC und wie mache ich das auf der Konsole? Also das gleicht sich augenscheinlich nicht so ganz, das Spiel. Zumindest habe ich den Eindruck, dass die Konsolenspieler einige Sachen nicht machen können, die wir hier am PC machen können. Oder umgekehrt, man kann, äh, landwirtschaftliche Fahrzeuge kaufen und kriegt die, jenes welches dazu, wo ich mich auch noch frage, ist das gewollt oder ist das ein Bug? Keine Ahnung, nicht. Also, äh, da liegt tatsächlich noch beim Spiel einiges im Argen. Und ich kann euch beim besten Willen nicht sagen, ob da noch Änderungen vorgenommen werden oder nicht. Ich weiß auch nicht, wie groß meine Lust ist, darauf zu warten, dass da noch Änderungen vorgenommen werden oder nicht. Wie gesagt, ich werde jetzt noch bis zum September auf jeden Fall durchspielen. Also in dem September, nicht in diesem Jahr, wir haben gerade mal den 1. Januar. Ähm, ich werde in dem bis September spielen, werde da meine Sachen noch verkaufen, etc. und dann schauen wir mal weiter. Wir merken nämlich gerade, dass wir gerade kein Geld mehr verdienen. Heißt, wir müssen mal gucken, ob wir nicht unsere Arbeiter noch mal ein bisschen, unsere Nachbarn nicht noch mal ein bisschen in Arbeit kriegen. Das ist jetzt geerntet. Die beiden habe ich gemacht. Das ist geerntet. Das ist geerntet. Das ist noch nicht geerntet. Da werden wir mal einen Helfer draufschicken. Und in alter Manier werden wir wieder speichern, was das Zeug hält. Ich weiß, dass dieser Bug eigentlich behoben ist, aber Vertrauen ist gut. Ähm, Kontrolle ist besser. So, schauen wir mal weiter. Hier wurde schon geerntet und hier müsste noch geerntet werden. Ernten und verkaufen. Wenn wir jetzt mal in unsere Hofstatistiken sehen, sehen wir, wir haben acht Felder und ich würde noch das also Minimum zwei Felder dazu holen. Dazu müsste ich allerdings mal kurz aussteigen und mich bewegen, um zwei Felder zu kaufen. Also ich würde tatsächlich dieses Feld noch dazu nehmen und eventuell dieses Feld tatsächlich, so dass wir dann auf zehn Felder kommen. Einmal umdrehen. Da spurten wir einmal ganz schnell hin. Wenn wir denn die richtigen Tasten finden. Also ich müsste ja jetzt, genau, da ist der Helfer engagiert. Ich habe keine Ahnung, was er hier gerade macht, aber das passt schon irgendwie. Hier unten haben wir noch Gras drauf, so wie das aussieht. aber das lassen wir mähen, das lassen wir auch verkaufen, klar, logisch. Das werden wir nicht einfach untergrubbern lassen. Genau. Dann machen wir mal Enter. Des Geldes haben wir genug. und damit ist dieses Feld auch unser und dann könnten wir ja hier quasi auch ernten und verkaufen. Kostet uns 900, aber die kriegen wir locker wieder raus. Jetzt müssen wir ein kleines Stückchen weiterlaufen, denn das andere Feld ist da drüben. also ich werde jetzt tatsächlich nicht nur ein Feld dazu kaufen, sondern gleich zwei. Dann haben wir die zehn voll. Ich glaube, es war für die Errungenschaft, zehn Felder waren angepeilt. Theoretisch habe ich diese Errungenschaft schon durch den Speedrun Spielstand, aber es ist einfach so, ich möchte das in diesem Spielstand natürlich genauso haben, von daher werden wir uns jetzt hier die zehn Felder anschaffen. Ich hätte mich im Vorhinein vielleicht mal ein bisschen schlau gucken sollen, was man alles noch so braucht und im nächsten Stream, das habe ich ja dem Opa Flautenschieber versprochen, dann werden wir auch auf diesem Spielstand spielen und nochmal auf Schatzsuche gehen. So, dieses Feld wird jetzt auch uns gehören und damit haben wir dann zehn Felder in unserem Besitz. Die werden wir jetzt alle schön bearbeiten lassen. Nebenbei haben wir auch noch die Gewächshausente habe ich gerade gesehen, die wir auch noch fertig machen müssen. und ich glaube die Äpfel habe ich gesehen, dass sie auch schon gewachsen sind. Aber warum laufe ich denn eigentlich? Ich kann ja auch einfach nur in unseren Mähdrescher springen. Hallo, nein. Ich wollte hier in den Mähdrescher springen. genau da wollte ich rein, damit wir unser Mähwerk auch zu Ende bringen. Ne, nicht abkoppeln, sondern einfach mal runter, genau. und weiter geht's. Wir werden das Feld zu Ende ernten. Ja, okay, die 900.000 haben wir natürlich jetzt nicht mehr, aber ich schätze mal so, wenn unsere Nachbarn mit der Ernte fertig sind, dann haben wir die wieder und dann werden wir alle Felder pflügen und grubbern lassen und ich werde diesmal nicht tausend verschiedene Sorten, ich werde bei einer Sorte bleiben und das wird wahrscheinlich die Erbse wieder sein, sodass wir da nicht durcheinander kommen und beim nächsten Ernten auch den Anhänger wieder nutzen können. Dann brauchen wir uns da keine Sorgen machen, dass wir durcheinander Getreide hier überall gepflanzt haben, weil ich bin natürlich auch schon ein bisschen durcheinander geraten mit dem Speedrun Spielstand, weil wir dort auch Raps gepflanzt haben und dann war ich mir nicht mehr sicher, war jetzt im Mähdrescher Raps und ich habe da Erbse hinterher geschoben oder umgekehrt auf jeden Fall war ich wie immer sehr sehr verpeilt und das bleibt mir natürlich erspart wenn ich nur eine Sorte Getreide anbaue von daher passt das schon wenn wir dieses Feld denn jetzt gleich fertig haben werden wir uns ins Gewächshaus begeben werden dort alles fertig machen werden vielleicht noch mal ein bisschen kochen unsere Emily sollte ja rein theoretisch schon wieder Eier aus dem Stall geholt haben obwohl wir uns eigentlich auf dem Hof befinden naja wir hoffen weiter und vielleicht muss ich ja doch noch mal den einen oder anderen Pilz Sport Wettbewerb machen denn Pilze brauchen wir genauso wie alle anderen Zutaten und vereinzelt Pilze sammeln ja geht ist machbar aber halt schwerlich wenn man dann so eine Sportveranstaltung mitmacht dann hat man 40 Pilze unter Umständen gleich am Start und kann dann auch gleich das Kochen beginnen und unsere beiden Felder haben wir dann auch nett geerntet da kann dann auch bald bearbeitet werden wenn wir die Gewächshaus Ernte fertig haben und wir sollten noch Zeit haben können wir unseren Helfern ja direkt auch wieder unter die Arme greifen und sagen hier ich grubber ich flüge ich mache ich helfe aber immer eins schön nach dem anderen so viel Zeit muss sein so ernt erledigt das kann ausgemacht werden ja bei den helfern hätten sie natürlich ein wenig aufstocken können in meinen augen also vier helfer wenn man dann doch eine sehr sehr große anzahl an feldern hat sind vier helfer jetzt nicht gerade die hier kann man das nicht hinstellen wir stellen das mal da vorne hin ist egal wir dürfen es halt nur nicht im weg stellen wir haben ja im stream gesehen was da passiert wenn wir uns in den weg stellen aber wenn ich das jetzt hier hinstelle sollte das eigentlich gehen abkoppeln bitte so ja also ich finde vier helfer sind bei einer größeren anzahl von feldern echt zu wenig ein mehr könnte ja echt schon die welt bedeuten aber wenn wir erst mal diesen berg hier hoch gefahren sind dann ist alles gut ne und rein theoretisch können wir auch jetzt gleich geradeaus durchfahren sparen ein bisschen weg da das fällt uns gehört und abgeerntet ist schauen wir mal schauen wir mal also die 900.000 werden wir jetzt nicht wieder erreichen aber wir sind auch nicht mehr so weit weg davon natürlich geben wir jetzt auch noch wieder Geld aus für die helfer aber bei den Massen an Geld was wir jetzt hier besitzen ist das kein Problem ich wollte ja auch noch mal Haus und Hof und auch die landwirtschaftlichen Maschinen noch mal umgestalten das Geld dafür haben wir locker und wir füllen natürlich auch noch mal ein bisschen Sendezeit sozusagen ob das jetzt sinnvoller Content ist keine Ahnung nicht aber dann sehen auch neuere Zuschauer oder Zuschauer die jetzt erst zu uns auf dem Kanal gekommen sind was man so alles machen kann von daher würde ich ganz gerne das eine oder andere noch mal zeigen aber das Ganze bitte ohne von vorne anfangen zu müssen da ist mein bedarf nicht so groß warte mal wir müssen mal ein bisschen weiter rüber weil ich habe immer das Gefühl dass wir das in den Ausguss kippen so sollte der Abstand reichen einmal ausfahren genau und dann tun wir hier noch mal ein bisschen mehr Geld rein scheffeln man sieht gleich der zähler der ratet gleich viel schneller damit sollten wir dann die 888.000 aus der letzten folge genau die haben wir natürlich wieder drin das ist kein problem obwohl wir zwei felder gekauft haben und neue helfer angestellt haben was ist jetzt los wo bist du denn hängen geblieben also das war jetzt zu merkwürdig wo ist der denn da gerade hängen geblieben naja die maschinen gehen ja gott sei dank nicht kaputt es gibt spiele wo die maschinen dann regelmäßig repariert werden müssen das ist in diesem spiel nicht der fall da da haben wir diesbezüglich glück wir könnten die alten maschinen die werde ich dann glaube ich auch zurückkaufen und mir zurückholen und die dann restaurieren und reparieren und auch schick machen na mein bester bist schon fertig du stehst hier aber auch ziemlich mittig im weg mein freund da können die autos nicht fahren dann verursachst du wieder den stau also heißt das wir haben hier schon wieder ein helfer mehr der mit flügen anfangen kann die 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 ja also ein helfer mehr könnte tatsächlich schon was erreichen also dann wären wir zu sechs für zehn felder das wäre gut und wäre viel 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 besser machbar so mein bester jetzt ersparen wir uns gerade mal das motoren geräusch ich habe gelesen dass ich hungrig bin das heißt wir werden uns mal ein paar gänse eier gönnen und schlafen sollten wir auch wir sind im übrigen schon august da ist der september nicht mehr so weit entfernt die bienensummen ja da hatten wir ja die vertrockneten blümchen die werden wir hier wahrscheinlich wegschaufeln müssen oder sie überleben den winter ja gar nicht mehr die hofstatistik sagt alles ist fertig bis auf paprika das heißt wir müssten da auch tatsächlich noch mal eine ganze nacht schlafen wir haben zehn felder hier wurde nur geerntet hier wurde nur geerntet 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 da ist nichts drauf da wurde geerntet 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 und hier wird noch geerntet ergo das sind ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn ergo werden wir hier jetzt schon mit flügen anfangen und hier kann schon geflügt werden die beiden felder die am hof sind die werde ich mal außen vor lassen damit wir da auf die schnelle zugreifen können und auch hier können wir jetzt flügen wir werden auch wieder die meldung kriegen dass wir ernte zerstören ist natürlich nicht an dem aber da die mähtrescher ja immer ein bisschen ernte stehen lassen keine eier da die mähtrescher die nachbarn immer ein bisschen ernte stehen lassen heißt es dann wir würden ernte zerstören das machen wir natürlich nicht und wenn dann ist es tatsächlich unsere eigene okay die eier sind raus aus den stall emily war augenscheinlich fleißig oder ich war es tatsächlich selber kann ich jetzt gerade gar nicht sagen oh gott diese folge ist tatsächlich schon vorbei also gewächshausernte in der nächsten folge okay unsere äpfel sind noch nicht reif die haben wir schon geerntet das hängen denn es hängen auch keine frischen dran okay in der nächsten folge gewächshausernte angesagt wenn ihr dazu Lust habt schaltet einfach wieder ein ich möchte mich nochmal mit einem frohen neuen jahr bei euch verabschieden und sage ciao und bye bye ich zu és bis roh five ein jubh Hos